so hier ist die mini 6 wieder hier im start hier mit almighty tower naja ist leider nicht die allmighty bobby lashley aber ja es ist die allmighty tower ja tja ein oro gamer wird ein o50 und geht darum einfach dass man hier wie man gerade sieht der stapel nach oben macht und wird er immer ein bisschen schmaler gut man könnte wahrscheinlich immer perfekt hinkriegen dass immer ja immer gleich bleibt aber das wird wohl irgendwann nicht passieren wie man sieht er schwankt immer von links nach rechts so dass man jetzt immer perfekt macht wenn man nicht perfekt hinkriegt schneid sich halt immer ein stück von käse ab naja muss man halt bis ganz oben machen und so weit wie man kann da gerade von spielfehler und ich war cool spiel halt naja auf jeden fall je nach dem ding hier nach dem video ist auch lieber als deutsch gesorgt danach hatten wir platin wie viele trophäen die es gibt weiß ich nicht aber ich glaube so 50 oder was glaube ich waren da schon so ungefähr 30 bis 70 so ja komm kann man eigentlich nicht sagen schnell über bühne gemacht mit doch die ganze zeit einfach nichts drücken drücken können und wie man sind sind ist der der dummer hat einmal so vogel gehabt der die ganze zeit auf die tastatur drückt auf einen knopf so hättchen kontrolle hingelegt hätte der vogel hätte doch für mich machen können in welchen der zeit einkaufen gang in der rege oder netto naja hätte doch durchpackt gehabt so auf jeden meiner nach platin hier noch ein video und klaget das spiel welt immer so gut wie mehr gibt es nicht zu erklären so noch 30 andere videos gleich noch kommentieren deswegen vor ich mir die stimme kaputt mache hier an den wolkenkratzer hier des lebens so würde ich mal sagen so cooles video ja klar beste welt da auch mittelmäßig für spiel ich krieg mal schnell platin wenn es wert scheiße also wenn dafür über 1000 stunden bräuchte für platin dazu machen dann hätte ich mit dem messer in die konsole reingehakt naja wünsche euch noch einen schönen abend so weit wart hiermit und tja nach welchem ist das nächste mal die Trüße geht aber jetzt ist es dann Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020